Hi. Schön, dass du da bist. Ich hoffe, du hast es dir schon bequem gemacht in deinem Bett oder auf der Couch. Es ist ganz wichtig, bitte, bitte schaue dir dieses Video nicht an, falls du Auto fährst oder sonstiges. Es ist heute ganz speziell zum Einschlafen gedacht. Also bitte mach es dir bequem und setz deine Kopfhörer auf, damit du mich besser hören kannst. Vergiss nicht, auf deinem Handy den Nightshift Modus zu aktivieren, damit du weniger Blaulicht abkommst und hoffentlich besser einschlafen kannst. Sorge dafür, dass du ganz bequem liegst und atme ganz normal ruhig ein und aus. Es wäre am besten, wenn du wirklich komplett flach mit geradem Rücken in deinem Bett wirst. Oder auf der Couch liegst. Am besten sogar ohne Kissen. Sorge dafür, dass die Wirbelsäule ein wenig gestreckt ist. Am besten so, dass du so liegst. Das ist die beste Position für deinen Rücken. Wenn es für dich allerdings nicht so bequem sein sollte, kannst du dich selbstverständlich auch anders entlegen. Okay. Wir beginnen einfach ganz ruhig einzuatmen. Halten das für ein paar Sekunden. und atmen wieder aus. Wir sorgen somit dafür, dass unser Puls ein wenig langsamer wird. Okay. Wir machen das am besten zusammen. Gut. Okay. Atme rein. Atmen. Kurz halten. Und atme wieder raus. Und atm. Halt mal ein, kurz halten und wieder aus, sehr gut und wieder ein durch die Nase, kurz halten und wieder aus, sehr gut machst du das und noch einmal ein, kurz halten und wieder aus, sehr, sehr gut und wenn du magst, dann schließe jetzt am besten einfach die Augen, finde du mit deinem ganz normalen Atemrhythmus zurück. Und jetzt fängst du einfach an deinen Körper von unten nach oben zu scannen. Versuche dabei, deine Muskeln zu entspannen. Beginne mit den Zehen und stelle dir wirklich vor, wie du deinen Körper versuchst zu scannen und dann von unten nach oben, ganz langsam. Langsam. Okay. Wir beginnen bei den Zehen. Über die Fußsohle, die Hacke bis zum Knöchel. Spüre, wie deine Füße sich entspannen. Lass locker und atme ruhig. Wir gehen weiter vom Knöchel über die Waden und das Schienbein hinauf zu den Knien. Die Oberschenkel entlang, ganz sanft, ganz ruhig bis zu den Hüften. Und du sinkst tief, ganz tief, ganz tief, mit jedem Atemzug noch weiter in dein Bett hinein. Ganz ruhig. Wir scannen weiter über den Bauch, den unteren Rücken hinauf zum oberen Rücken, und dann scannen die Brust bis zu den Schultern und von den Schultern hinab Richtung Arme, den Oberarm entlang bis zu den Ellenbogen, die Unterarme und die Hände. Entspanne deine Hände, lass sie ruhig neben deinem Körper liegen oder so, wie es für dich am angenehmsten ist. Wir scannen weiter von Schultern, den Hals hinauf, den Nacken über den Hinterkopf ganz entspannt hinüber bis zu stehen, die Augen, die Nase und den Mund, lass alles ganz locker und entspannt, ganz oft ist es so, dass unsere Augenpartie hier besonders angespannt ist. Lass einfach los, ganz ruhig und entspannt. Okay. Nachdem wir ganz entspannt sind, der Körper ist super entspannt, wir lassen alles los und atmen tief heim. Kurz halten und wieder aus. Und jetzt schlafen. Schlafen. Ganze, ganz entspannt und tief heim. Denke an irgendetwas Schönes, was du heute erlebt hast. Oder irgendetwas Schönes, was du in Zukunft noch erleben möchtest. ist. Atme ganz ruhig weiter. Und jetzt schlaf. Schlaf einfach ein. Atme ganz ruhig weiter. Und du singst immer tiefer und tiefer in die Entspannung. Und jetzt schlaf. 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 Tief. Und fest. Schlaf einfach ein. Ganz mühelos. Ganz entspannt. Und jetzt schlaf. Schlaf. Schlaf einfach ein. Morgen ist ein neuer Tag. Und du wirst frisch und ausgeschlafen sein. Du wirst dich richtig gut fühlen. Voller Energie. Und jetzt schlaf. Schlaf. Und du singst immer tiefer in die Entspannung. Immer tiefer und tiefer in die Entspannung. Und das einfach los. Ich schicke dir ganz viel positiver Energie. Alles Positive soll zu dir kommen, du sollst dich gut fühlen und ruhig schlafen, du schläfst die ganze Nacht durch. Schlafen, schlafen, schlafen. Schlafen, schlafen. Schlafen, schlafen. Schlafen, schlafen. Schlafen, schlafen. Schlafen, schlafen. Schlafen tief und fest. Schlafen tief und fest. Schlafen tief und fest. Schlafen tief und fest. Schlafen, 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 schlafen. Schlafen, schlafen, schlafen. Schlafen, schlafen, schlafen. Schlafen, schlafen. Schlafen, schlafen. Schlafen, schlafen. Schlaf, 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 schlaf. Hi. Schön, dass du da bist. Ich hoffe, du hast es dir schon bequem gemacht in deinem Bett oder auf der Couch. Es ist ganz wichtig, bitte, bitte schaue dir dieses Video nicht an, falls du Auto fährst oder sonstiges. Es ist heute ganz speziell zum Einschlafen gedacht. Also bitte mach es dir bequem und setz deine Kopfhörer auf, damit du mich besser hören kannst. Vergiss nicht, auf deinem Handy den Night Shift Modus zu aktivieren, damit du weniger Blaulicht abkommst und hoffentlich besser einschlafen kannst. Sorge dafür, dass du ganz bequem liegst und atme ganz normal ruhig ein und aus. Es wäre am besten, wenn du wirklich komplett flach mit geradem Rücken in deinem Bett wirst. Oder auf der Couch liegst. Am besten sogar ohne Kissen. Sorge dafür, dass die Wirbelsäule ein wenig gestreckt ist. Am besten so, dass du so liegst. Das ist die beste Position für deinen Rücken. Wenn es für dich allerdings nicht so bequem sein sollte, kannst du dich selbstverständlich auch anders entlegen. Okay. Wir beginnen einfach ganz ruhig einzuatmen. Halten das für ein paar Sekunden. Und atmen wieder aus. Wir sorgen somit dafür, dass unser Puls ein wenig langsamer wird. Okay. Und wir machen das am besten zusammen. Gut. Okay. Atme rein. Zum Schluss. Und HERN", kurz知道. Undδเท ultra Puls und atme aus. Und seit mir ein. Und das heißt gar nichts weiter denn. Im Ende politically in der Fall war es gebringt. Und wieder aus. Sehr gut. Und wieder rein. Durch die Nase. Kurz halten. Und wieder aus. Richtig gut. Sehr gut machst du das. Und noch einmal ein. Kurz halten. Und wieder aus. Sehr, sehr gut. Wenn du magst, dann schließe jetzt am besten einfach die Augen. Finde zu deinem ganz normalen Atemrhythmus zurück. Sehr gut. Und jetzt fängst du einfach an, deinen Körper von unten nach oben zu scannen. Versuche dabei, deine Muskeln zu entspannen. Beginne mit den Zähnen. Und stelle dir wirklich vor, wie du deinen Körper versuchst zu scannen. Von unten nach oben. Ganz langsam. Genau. Okay. Wir beginnen bei den Zehen. Über die Fußsohle. Die Hacke. Bis zum Knöchel. Spüre, wie deine Füße sich entspannen. Lass locker und atme ruhig. Wir gehen weiter vom Knöchel über die Waden und das Schienbein. Hinauf zu den Knien. Die Oberschenkel entlang. Ganz sanft. Ganz ruhig. Bis zu den Hüften. Und du sinkst tief, ganz tief mit jedem Atemzug noch weiter in dein Bett. Hinein. Ganz ruhig. Wir scannen weiter über den Bauch. Den unteren Rücken hinauf. Zum oberen Rücken. Wir scannen die Brust. Wir scannen die Brust. Bis zu den Schultern. Und von den Schultern hinab. Richtung Arme. Den Oberarm entlang. Bis zu den Ellenbogen. Die Unterarme. Und die Hände. Entspanne deine Hände. Lass sie ruhig neben deinem Körper liegen. Oder so, wie es für dich am angenehmsten ist. Wir scannen weiter von Schultern. Den Hals hinauf. Den Nacken. Über den Hinterkopf. Ganz entspannt. Hinüber. Bis zu stehen. Die Augen. Die Nase. Und der Mund. Lass alles ganz locker und entspannt. Ganz oft ist es so, dass unsere Augenpartie hier besonders angespannt ist. Lass einfach los. Ganz ruhig und entspannt. Okay. Nachdem wir ganz entspannt sind. Der Körper ist super entspannt. Wir lassen alles los. Und atmen tief. Ein. Kurz halten. Und wieder aus. Und jetzt schlaf. Schlafe ganz entspannt und tief ein. Denke an irgendetwas Schönes, was du heute erlebt hast. Oder irgendetwas Schönes, was du in Zukunft noch erleben möchtest. Atme ganz ruhig weiter. Und jetzt schlaf. Und jetzt schlaf. Schlaf einfach ein. Atme ganz ruhig weiter. Und jetzt schlaf. 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 tief. Tief. Und fest. Schlaf. Schlaf einfach ein. Schlaf einfach ein. Schlaf einfach ein. Schlaf einfach ein. Morgen ist ein neuer Tag. Morgen ist ein neuer Tag. und du wirst frisch und ausgeschlafen sein. Du wirst dich richtig gut fühlen, voller Energie und jetzt schlaf, schlaf und du singst immer tiefer in die Entspannung immer tiefer und tiefer in die Entspannung lass einfach los ich schicke dir ganz viel positive Energie alles positive soll zu dir kommen du sollst dich gut fühlen schälen und du weh schlaf du schläfst die ganze Nacht du weh schläfst 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 Ganz tief und fest. Schlafe ganz tief und fest. Tief und fest. Schlafe einfach ein. Tief und fest. Schlafe tief und fest. Schlafe einfach ein. Ganz ruhig. Ganz mühelos. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Ganz ruhig, ganz ruhig. Schlafe einfach. Schlafen sehr ruhig. Schlaf, schlaf, schlaf. Schlaf, schlaf, schlaf. Hi. Schön, dass du da bist. Ich hoffe, du hast es dir schon bequem gemacht in deinem Bett oder auf der Couch. Es ist ganz wichtig, bitte, bitte schau dir dieses Video nicht an, falls du Auto fährst oder sonstiges. Es ist heute ganz speziell zum Einschlafen gedacht. Also bitte mach es dir bequem und setz deine Kopfhörer auf, damit du mich besser hören kannst. Vergiss nicht, auf deinem Handy den Nightshift-Modus zu aktivieren, damit du weniger Blaulicht abkommst und hoffentlich besser einschlafen kannst. Sorge dafür, dass du ganz bequem liegst und atme ganz normal ruhig ein und aus. Es wäre am besten, wenn du wirklich komplett flach mit geradem und auf deinem Rücken in deinem Bett oder auf der Couch liegst. Am besten sogar ohne Kissen. Sorge dafür, dass die Wirbelsäule ein wenig gestreckt ist. Am besten so, dass du so liegst. Das ist die beste Position für deinen Rücken. Wenn es für dich allerdings nicht so bequem sein sollte, kannst du dich selbstverständlich auch anders entlegen. Wir beginnen einfach, ganz ruhig einzuatmen. Halten das für ein paar Sekunden und atmen wieder aus. Wir sorgen somit dafür, dass unser Puls ein wenig langsamer wird. Okay. Wir machen das am besten zusammen. Gut. Okay. Atme rein. Kurz halten. Und wieder aus. Sehr gut machst du das. Und noch einmal ein. Kurz halten. Und wieder aus. Sehr, sehr gut. Wenn du magst, dann schließe jetzt am besten einfach die Augen. Finde zu deinem ganz normalen Atemrhythmus zurück. Okay. Sehr gut. Und jetzt fängst du einfach an, deinen Körper von unten nach oben zu scannen. Versuche dabei, deine Muskeln zu entspannen. Versuche dabei, deine Muskeln zu entspannen. Okay. Und jetzt fängst du einfach an, deinen Körper von unten nach oben. Und dann fängst du einfach an, deinen Körper von unten nach oben. Ganz langsam. Langsam. Okay. Okay. Wir beginnen bei den Zehen. Und jetzt fängst du einfach an, deinen Körper von unten nach oben. Und jetzt fängst du einfach an, deinen Körper von unten nach oben, Und über die Waden, der Schiene hinauf, zu den Knien. die Oberschenkel entlang, ganz sanft, ganz ruhig, bis zu der Hüfte. Und du sinkst tief, ganz tief, mit jedem Atemzug, noch weiter in dein Bett hinein, ganz ruhig. Wir scannen weiter über den Bauch, den unteren Rücken hinauf, zum oberen Rücken, dann scannen die Brust bis zu den Schultern und von den Schultern hinab, Richtung Arme, den Oberarm entlang, bis zu den Ellenbogen, die Unterarme und die Hände. Entspanne deine Hände, lass sie ruhig neben deinem Körper liegen, oder so, wie es für sich am angenehmsten ist. Wir scannen weiter von Schultern, den Hals hinauf, den Nacken, über den Hinterkopf, ganz entspannt, hinüber, bis zu stehen, die Augen, die Nase und den Mund, das alles ganz locker und entspannt. ganz oft ist es so, dass unsere Augenpartie hier besonders angespannt ist, lass einfach los. Ganz ruhig und entspannt. Nachdem wir ganz entspannt sind, der Körper ist super entspannt, wir lassen alles los und atmen tief rein. kurz halten. kurz halten. und wieder aus. und wieder aus. und jetzt schlaf. schlafe ganz entspannt und tief rein. Denke an irgendetwas Schönes, was du heute erlebt hast. oder irgendetwas Schönes, was du in Zukunft noch erleben möchtest. Atme ganz ruhig weiter. und jetzt schlaf. und jetzt schlaf. schlaf einfach rein. schlaf einfach rein. Atme ganz ruhig weiter. Atme ganz ruhig weiter. tief und tief. Und tief und tief in die Entspannung. Und jetzt schlaf. und jetzt schlaf. schlaf schlaf. tief und fest, schlafe einfach ein, ganz mühelos, ganz entspannt und jetzt schlafe, 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 schlafe einfach ein Morgen ist ein neuer Tag und du wirst frisch und ausgeschlafen sein du wirst dich richtig gut fühlen, voller Energie und jetzt schlaf, schlaf und du sinkst immer tiefer in die Entspannung immer tiefer und tiefer in die Entspannung lass einfach los und ich weiß, dass du ganz viel positive Energie alles positive soll zu dir kommen du sollst dich gut fühlen schlafen und du weh schlaf du schläfst die ganze Nacht du weh schlaf 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 und fest Schlaf ganz tief und fest Tief und fest Schlaf einfach ein Schlaf Schlaf und fest Schlaf tief und fest Schlaf Schlaf einfach ein ganz ruhig ganz mühelos Schlaf Du sanst , Schlaf Poh Poh Schlaf 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 Schlaf, schlaf, schlaf. Schlaf, schlaf. Schlaf, schlaf.